Bei der Arnold Classic Africa wurde Arnold Schwarzenegger von hinten brutal attackiert. Dies seht ihr im folgenden Clip. Einige, 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 einige. Weniger Zeit später nach dem Vorfall gab Arnold Schwarzenegger zum Glück bekannt, dass es ihm gesundheitlich gut gehe und dass er den Kick gar nicht erst bemerkt habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017